Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Traumhaft! Es ist Nebel heute. Was habe ich heute vor? Heute möchte ich an den Platz zurückkehren, wo ich in meinem letzten Video die Graureihe entdeckt habe. Das ganze möchte ich aber heute mit den 150 bis 600 mm machen. Das ist mal so der grobe Plan für heute. Und was mir sonst noch so vor die Linse läuft, ich lasse mich überraschen und würde mich freuen, wenn ihr mich dabei begleitet. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hängt hier in der Au heute so der Morgennebel herein. Es ist irrsinnig feucht. Ja, eigentlich ganz interessant für Landschaftsfotografie. Und heute habe ich zur Sicherheit nicht nur das Teleobjektiv mit, ich habe auch das normale 24 bis 70 mm an meine Kamera gegeben. Auf jeden Fall wundervolle Stimmung. Ob ich dadurch jetzt, wenn der Nebel so dick zwischen den Bäumen hängt, die Vögel gleich finde und ob der Autofokus dann richtig gut sitzt, das wird sich zeigen. Aber ich schätze mal, der Nebel wird sich so in der nächsten Stunde mit der hochkommenden Sonne wahrscheinlich auflösen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier schon ein erstes Foto von dieser Nebelstimmung mit dem Wasser gemacht. Und jetzt schaue ich weiter zu meinem ersten Platz. Auf meinem Weg zur Stelle, wo die Graureiernisten bin ich jetzt hier vorbeigekommen und was ihr hier sehen könnt, sind diese noch relativ jungen Bäume. Dazwischen das abgestorbene alte Gewächs noch vom letzten Jahr. Und das frische Grün, das dazwischen herauskommt. Und wenn ich jetzt auf meine Hand sitze, so auf dieser Ebene, da habe ich hier so eine, ja fast eine lilane Tönung drin. Und ja, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt, hier möchte ich mir auch ein Foto machen. Was noch dazu kommt, ist, dass der Hintergrund durch den Nebel so im Diesigen, das heißt im, ja er verschwindet einfach langsam und ich habe auch nicht so harsches Gegenlicht. Prinzipiell habe ich die große Softbox eingeschaltet, sprich der Nebel produziert praktisch null Schatten. Das heißt, ich bekomme hier ein sehr, sehr sanftes Bild und werde jetzt eben hier diese Bäume, also diesen einen hier werde ich in die Mitte nehmen und links und rechts schauen, dass ich halbwegs ausgewogene Bildkomposition zustande bringe. Und da mache ich mir jetzt mal im Vorbeigehen so eine Landschaftsaufnahme. Denn selbst wenn das Ziel heute ist, zu den Graureiern zu kommen, sollte man Motive, die einem ins Auge springen, trotzdem nicht längst liegen lassen. Ja, zu den Donau-Landschaften gehört für mich eben auch dieser typische Nebel und es ist heute eher Zufall, dass das Wetter so ist, hatte ich gar nicht am Plan, aber ich will das natürlich nutzen, denn ich sage es ganz offen, die letzten Wochen und Monate waren so richtige Nebeltage wie hier, wie wir hier jetzt den Nebel über die Donau ziehen, sehen könnt. Relativ selten, aber eigentlich sind die bei uns schon auch typisch und ja, es hat die letzten Tage, gestern war überhaupt so ein Unwetter-Tag und ich glaube, das Wetter wird wieder ein bisschen schöner heute, aber jetzt steigt eben dieser kalte Dunst hier auf von der Erde, die ja eigentlich so Ende Mai schon ein bisschen aufgewärmt ist. Die Luft ist dennoch kalt, auf jeden Fall, seht euch das an, die Donau verschwindet hier in der trüben Nebelsuppe und davor dieser Kiesstrand mit den hereinhängenden Bäumen. Dann mache ich mir jetzt auf jeden Fall ein Foto, möchte mir hier aber jetzt auch gemeinsam kurz den Bildaufbau mit euch ansehen. So eine Möglichkeit, die ich hier eben jetzt fotografieren möchte, ist diese, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier ganz auf 70 Millimeter reingesummt, dadurch bekomme ich etwas eine Kompression ins Bild, das heißt, in der Tiefe schieben sich die verschiedenen Objekte ein bisschen zusammen. Und wenn ihr jetzt schauen könnt, rechts unten aus dem Bild läuft eben jetzt hier der Strand heraus, also die Wasserkante, die Uferkante und zieht sich dann hin zu den über das Wasser hängenden Bäumen. Ein bisschen zum Ausgleich habe ich dann noch dazu genommen diesen Stein, den ihr im Wasser sehen könnt, damit eben, ja, wenn der jetzt nicht da wäre, könnte es schon sein, dass links oben das Ganze ein bisschen zu übergewichtig wird, also die Bäume, die hier hereinwachsen. Aber wenn ihr jetzt die Wasserkante nach hinten verfolgt, dann könnt ihr unter den Bäumen da hinten so eine kleine Gruppe Steine sehen und hinter den Steinen geht eben der Strand dann nochmal weiter, bis sich dann die Uferkante der Donau, dieses Kiesstrandes, im Nebel verliert. Ja, dann mache ich mir jetzt mal so ein Bild mit 70 Millimetern und, ja, ich schätze, ich werde auch eins mit mehr Weitwinkel probieren. Blendet euch die Bilder auf jeden Fall jetzt dann wieder ein. Jetzt bin ich gespannt, ob ich ihn dann sehe, den Graureiher oder die Graureiher, während ich hier so auf dem Weg entlang gehe und es sind ungefähr noch, ja, ich schätze mal, 200, 300 Meter bis zu der Stelle, wo ich letztes Mal war, ist er da ganz gemächlich aus dem Nebel aufgetaucht und über meinen Kopf weggeflogen. Ich hatte die Kamera natürlich gerade nicht in der Hand, aber die Richtung des Graureiher war jene, in die ich auch gehe. Und das stimmt mich ja zumindest schon mal optimistisch, dass sie noch da sind. Ob wir sie sehen, das wird eine andere Frage sein. Vor allem im Nebel wird das spannend. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier schon umgerüstet auf das 150 bis 600 Millimeter Sigma und heute betreibe ich es auf der Nikon Z6 mit dem FTZ-Adapter. Oder die Frage kam, im letzten Video, wo ich eben auch mit dem Sigma unterwegs war, aber mit der D750, ob ich es denn auch an der Z6 probiert hätte, habe ich damals nicht. Möchte ich heute machen. Ob es funktioniert und fokussiert, habe ich schon zu Hause probiert, das hat geklappt. Aber jetzt werde ich mich da noch so um die 200 Meter, schätze ich, nach vorne begeben und mich langsam anschleichen und hoffe, dass ich dann vielleicht sogar ein bisschen geschützt durch den Nebel Chancen habe, die Graureiher heute zu beobachten. Also schleichen wir uns nach vor. Weil ich hier hinten gerade den Jägerstand entdeckt habe, das ist etwas, worauf ich natürlich immer achtgebe, denn ich bin ja sehr bald in der Früh unterwegs und das ist natürlich normalerweise auch die Zeit, wo die Jäger das Wild beobachten. Und deswegen schaue ich dann immer, wenn ich mich so einem Jägerstand nähere, sitzt ein Jäger, bei uns heißt es Ansitz, oder so irgendwie, sitzt ein Jäger auf dem Jägerstand, dann kommuniziere ich mit ihm. Dieser ist leer, ich habe jetzt keinen einzigen gesehen, es ist heute auch ein Wochentag. Und wenn das dann der Fall ist, dann nehme ich natürlich darauf Rücksicht. Prinzipiell ist der Wald in Österreich aber frei zugänglich für alle. Zur Zeit, wir haben jetzt Ende Mai, sollte man sich allerdings von den Wegen nicht so sehr entfernen, denn hier in der Au haben die Wildschweine um diese Zeit, wenn ich es richtig gelesen habe, gerade ihre Jungen oder bekommen ihre Jungen. Auf der anderen Seite sich von den Wegen zu entfernen, bei dieser Nässe und diesen Gewächsen, ist ohnehin nicht sehr bequem. Also bleibe ich hier ganz normal auf dem Weg, nehme ein bisschen Rücksicht auf die anderen Interessenten hier im Wald, aber vor allem verhalte ich mich auch ruhig, was die Tiere betrifft und versuche sie so weit als möglich nicht zu stören. Da ganz hinten befindet sich jetzt der Jägerstand, wo ich das letzte Mal war und das ist jetzt im Nebel nicht auszumachen, aber ungefähr hier verschwinden dann die Bäume im Nebel, wo letztes Mal die Graureier waren. Ich glaube, ich habe sie auch schon rufen gehört. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt davor irgendwo so einen Platz suchen, wo ich halbwegs ein schönes Blickfeld habe und nicht gleich entdeckt werde und nach Möglichkeit auch nicht allzu nass werde. Den Jägerstand werde ich einfach jetzt mal kontrollieren mit dem 600 Millimeter, denn da kann ich von hier schön reinschauen, ob ein Jäger gerade oben sitzt oder nicht. Ich mag diese neblige Stimmung. Die Graureier sind auf jeden Fall hier. Ihr könnt sehen, ich bin hier so ein bisschen um die Kurve hinter einem Busch versteckt und da oben zwischen den Bäumen habe ich gerade einen wunderschönen Fliegenseen. Ich kann auch sehen, wo er sitzt. Das Problem ist, momentan wird er noch sehr von den Ästen verdeckt, aber das wird eben jetzt auch die Geduldsfrage werden, ob ich es erwarten kann, dass er sich eben mal löst und irgendwo so in der Luft steht oder auf einem Ast steht, dass ich ihn fotografieren kann. Zudem muss ich ihn dann auch noch scharfe wischen. Aber jetzt schauen wir mal durch die Linse gemeinsam, ob wir ihn gemeinsam entdecken können. Da oben zwischen den Ästen, ziemlich genau in der Mitte, sitzt er drin. Ich denke mal, ihr könnt ihn erkennen. Ich bin jetzt, ja ich bin auf 600 Millimeter. Wundervoll, wundervoll. Zum Fotografieren ist es natürlich schwierig, denn der graue Nebel im Hintergrund und die grauen Vögel und die grauen Blätter. Ja, jetzt muss ich hier einfach warten, aber es ist absolut herrlich, diese Tiere hier so beobachten zu können. Seht euch das an. Wundervoll. Wie ihr sehen könnt, da habe ich jetzt die Kamera vom Stativ genommen. Ich möchte mich einfach ein bisschen jetzt flexibler bewegen können. Die Belichtungszeit habe ich jetzt hier auf eine Tausendstel. Dafür gehe ich mit dem ISO hier auf 200. Ist natürlich überhaupt kein Problem. Aber ich möchte einfach mit der Belichtungszeit schnell genug sein. Und jetzt versuche ich mich hier vielleicht noch ein bisschen näher anzupirschen hier in der Deckung der Natur hier. Ich weiß nicht, ob ihr es hier hören könnt, aber da vorne oben sind die ganzen Tiere. Und es sind so viele. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt, da vorne oben sind. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt, da vorne oben sind. Ich habe jetzt für mich hier so ein System entwickelt, wie ich die Graureier dann auch fotografiere, wenn sie sich bewegen. Denn es ist irrsinnig schwierig mit 600 Millimetern den Graureier in der Luft zu finden. Das ist also für mich als ungeübten Wildlife-Fotografen nahezu unmöglich, wenn er so nahe herbei ist. Immer wieder fliegen sie da hinten herum. Ich bin immer abgelenkt. traumhafte Tiere. Auf jeden Fall, so wie jetzt hier ein Graureier gerade von links nach rechts rüber oder von rechts nach links rüber geflogen ist, suche ich mir eben dann den Platz, wo er landet. Also ich suche mir dann den Platz, wo er landet und dort nehme ich ihn dann in den Fokus. Wahnsinn, steht der jetzt schön da hinten oben. Auf jeden Fall nehme ich ihn dann dort in den Fokus und dann lasse ich ihn nicht mehr aus. Und das zeige ich euch jetzt einfach durch die Kamera. Und wenn er dann wegfliegt, wenn er dann wegfliegt, dann verfolge ich ihn und hoffe, dass ich mit Dauerfeuer einige scharfe Bilder dabei habe. Ah, traumhaft. Die Tiere werden jetzt immer lebendiger und immer beweglicher. Ich könnte hier noch den ganzen Tag bleiben. Traumhaft. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich eben die Vögel im Bild. Und hier habe ich jetzt, ich bin jetzt auf 600 Millimeter. Das heißt, ich kann sie jetzt in aller Ruhe beobachten, kann meine Bilder machen. Und wenn ich jetzt dann auf den Fotomodus umschalte und sie fliegen weg und rein von der Richtung her würde ich mal sagen, sie fliegen nach links weg, dann positioniere ich meine Kamera schon etwas weiter links, dass ich sie noch im Bild habe. Ist eine 50-50 Chance, aber in diesem Fall, indem sie in diese Richtung blicken, gehe ich davon aus, dass sie dorthin fliegen. Kann mich aber auch irren. Ja, und dann versuche ich einfach noch Dauerfeuer zu geben. Und die Vögel irgendwie im Fokus zu behalten. Auf jeden Fall, so denke ich, kann es funktionieren, dass man mit 600 Millimeter die Tiere dann auch im Flug erwischt. Und seht euch das an. Ist das nicht absolut traumhaft? Absolut faszinierend, wie die Tiere hier zusammenarbeiten. Da, wo der Graureiher jetzt gerade weggeflogen ist, das kann ich euch nicht zeigen, denn ich bin auf 600 Millimeter. Also links auf dem Ast, der da hoch steht. Rechts darunter dürfte das Nest sein. Und da sieht immer wieder ein Graureiher raus. Und der gibt ihm den Ast runter und herunten übernimmt der andere Graureiher den Ast und dürfte dann am Nest bauen. Faszinierend. Absolut faszinierend. Absolut faszinierend. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Ja, meine Lieben, wenn da hinten die Graureiher ihrem Tagesgeschäft nachgehen, vielleicht ganz kurz, wie funktioniert das Sigma 150-600 bis jetzt mit dem FTZ-Adapter? Ich muss sagen, hervorragend. Also das muss ich echt sagen. Ich habe hier null Probleme mit der Zusammenarbeit. Er erkennt sogar, wenn ich den Bildstabilisator einschalte, erkennt die Kamera, dass der Bildstabilisator eingeschaltet ist. Fokus funktioniert sehr gut, könnte jetzt keinen Unterschied zur D750 erkennen. Also das Zusammenspiel zwischen Sigma 150 bis 600 mit dem FTZ-Adapter. Das Contemporary, glaube ich, ist das nicht das Sport, zumindest ein C drauf mit dem FTZ-Adapter und mit der Nikon. Z6 funktioniert tadellos. Was ich jetzt aber schon gemerkt habe, die Z6 ist natürlich ein Akkufresser im Vergleich zur D750. Ganz klar, wenn ich selbst durch den Sucher hier, durch meinen Ein-Augen-Sucher durchblicke, läuft der Strom. Und ich habe jetzt schon einen ganzen Akku hier verschossen und der zweite Akku, der war schon etwas angefangen. Der wird auch nicht mehr allzu lange halten. Traumhaft. Ich bin immer wieder abgelenkt, weil die Tiere hier so wunderschön von mir hin und her segeln. Auf jeden Fall akkumäßig ein klarer Punkt für die D750. Aber das Zusammenspiel und die Bildqualität ist hier auf jeden Fall absolut top und die Bildqualität der Z6 absoluter Hammer. Ja, ich werde jetzt noch den restlichen Strom meiner Kamera nutzen, hier die Tiere ein bisschen beobachten und ein bisschen Bilder machen. Auf jeden Fall blende ich euch jetzt zum Schluss noch eine Auswahl an Bildern ein. Das kann sein, dass es 10 sind, kann sein, dass es nur 3 sind, je nachdem wie viel Schafe, das ich bekommen habe. Mich hat es sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Das würde mich sehr ehren. Drückt auch auf die Glocke, dann bekommt ihr meine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wir, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe, bleibt gesund, ciao. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018